Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe ihr habt einen tollen Tag. Heute löse ich ein lang gehegtes Versprechen ein und zwar habe ich ja gesagt, wenn das Wetter mal besser wird, dann gibt es einen ausführlichen Soundclip quasi von der TSS Anlage. Und heute ist das Wetter endlich mal gut genug dafür. Es ist windstill, es ist sonnig und deswegen werde ich genau das heute tun. Das heißt für euch gibt es jetzt ein bisschen was auf die Ohren und danach quatschen wir nochmal rum. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.